So, jo meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Das Ende. Payback 30. Krass, einfach das letzte Payback, ich bin dabei. Prästig! Die Welt wäre besser, wenn... Wenn es kein Plastik gibt. Äh, wenn es kein Plastik gibt, ist kein Plastik hier. Sieg mein Brüro! Äh... Okay, halten wir erstmal fest. Leon ist nicht nur ein Internet-Rambo, der Müll erzählt, sich hinter Leuten versteckt und keine eigenen Ideen auf YouTube hat, sondern auch jemand, der seine eigene Community belügt, seine Pranks faked, seine Bitch-Tests faked, seine Wenn-du-Eier-Hast-Videos faked. Das habe ich ja alles in meiner Payback-Reihe bis ins Detail bewiesen. Aber was unabhängig von den ganzen nachweisbaren Fakes und Verarschungen absolut merkwürdig ist, ist, dass ständig die gleichen Passanten in den Videos vorkommen. In Hamburg mit über 1,8 Millionen Einwohner plus den ganzen Tourismus. Der Typ hier kommt in mindestens 4 verschiedenen Videos vor. Haare schneiden Prank in Klammern Eskalation, Leute ansprayen 2 Prank, Arschklatscher Prank Teil 2 und Corona Prank. Das hat er mittlerweile in Experiment umbenannt. Dann der Typ von dem Star Wars Prank hier. Ist auch der Typ von dem Video Nazi vs. Flüchtling soziales Experiment. Der Typ vom Nackenklatscher Prank hier. Warum haben Sie mich auf den Hinterkopf? Ich will doch nicht mal die Sitzung, die Sitzung machen. Ist der gleiche wie bei dem Geldbörse-Einstecken Prank. Das kann man auch eindeutig am Tattoo erkennen. Dann gibt es noch den Typen beim Haareschneiden Prank geht schief, wo Leon sein Smartphone mit Rasiersounds an den Hinterkopf... Okay, ich muss mal hier ganz kurz einen neuen Tab aufmachen, wenn Leute hier irgendwelche Videos einreichen oder so. La 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 la. Oh, und dann so ein Gammelvideo, ey, meine Güte. ... und derjenige dann denkt, dass seine Haare abrasiert werden. So, in der Regel ist es. Boah. Dieser Pen hat doch bei mir die Haare geschoben. Ha! Spinnst du, oder was? Der rennt dem Leon dann ganze Zeit hinterher und zieht dann ein Messer. Meine Kavine. Meine Haare? Ja, aber sicher. Nein, 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 nur auf Freikorps. Ich rasier den Kavine. Wie das Ganze ausgeht, wird nicht gezeigt, aber wie der Zufall es so will, macht Leon einen zweiten Haareschneiden-Trank in Klammern Eskalation, wo genau der gleiche Typ wieder vorkommt. Du willst mich rasieren, du? Rasier, Digga. Aber du hast doch mir ein Messer... Hey, hat er was mit dir? Rasiert schon? Ist halt nur noch was. Fack, ist denn wieder... Also, ähm... Hör mal auf, gehst du mir da rum? Der Witzer nimmt dich auf, wer war das, Mann? Der Vater ist auf YouTube. Ich bin nur sein... Ich bin nur sein Läufer, ey. Komm, 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 komm. Leon marschier auch immer unlustig bei sowas, Alter. Und dann macht er ein drittes Video draus, Ich wurde bedroht und fast abgestochen, wo er thematisiert, dass er den Typen zweimal geprankt hat und den Typen dann noch ein drittes Mal vor laufender Kamera gesehen hat. Das Ding ist, ich hab ihn sogar gefunden. Das war auch spontan. Wir haben gerade mitgedreht, ich hab ihn gewonnen. Hab ihn drauf angesprochen. Mein Kameramann hat es auf jeden Fall gefällt. Ich kann euch kurz den Clip zeigen. Du bist mein Morito, ne? Ja. Sorry, Mann, okay? Eigentlich freut's mit mir, mit dir nicht verscherzt nie. Also zusammengefasst, die haben sich dreimal zufällig vor laufender Kamera getroffen. Davon zweimal beim Haareschneiden-Prank. Das alleine ist eigentlich schon ziemlich seltsam. Aber dann sagt Manolito, dass er Leon gesucht hätte, wenn sie sich beim dritten Mal nicht getroffen hätten. Das impliziert ja, dass sie den Konflikt vorher gar nicht geklärt hatten am Ende der jeweiligen Videos. Da frage ich mich, wie er zugestimmt hat, unverpixelt gezeigt zu werden, wie er jemand mit einem Messer jagt. Oder hat Leonin einfach... Ja, naja, gut, okay. Ja, aber da muss man halt sagen, also wahrscheinlich war es ihm einfach egal, ne? Also ich kenne das auch, wir haben früher auch Leute teilweise einfach nicht verpixelt. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, ne? Weil man auch zu faul war. Also ja, wahrscheinlich ist es gefakt, aber das ist halt jetzt kein Punkt so. ...fragen und verpixelt ins Netz gestellt. Oder war das einfach nur abgesprochen und kein krasser Zufall? Man weiß es nicht. Okay, kommen wir zu den nächsten Kandidaten. Ich spiele euch jetzt mal zwei Video-Intros nacheinander ab. Einmal vom Nackenklatscher-Prank und einmal von dem Geldschein-Fippen-Teil-2-Eskalation-Video. Und ihr könnt ja mal sagen, ob euch irgendeine Gemeinsamkeit auffällt. Gut, was geht ab, aber ich bin der Leon von Sternstadt. Heute gehen wir ein bisschen mal Rundfunk um die Stadt und pranken mal wieder die Leute. Ein bisschen mit einem kleinen Nackenklatscher. Genau wie hier. Hi, 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 hi. Ah, viel Spaß, aber ja. Was geht ab, ich bin der Leon von Sternstadt. Heute machen wir wieder Geldschein-Prank K2. Und... Hi, 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 hi. Die gleichen zwei Leute treffen an zwei verschiedenen Orten gemeinsam auf Leon, während er sein 10 Sekunden-Intro dreht. Und Leon macht zweimal den gleichen Witz. Zufall, Zufall. Ey, Zufälle gibt's. Dann gibt's noch die Blonde in dem Video Mann zieht Waffe-Prank in Amerika, geht schief. Das war einfach nur die Darstellerin von Dimas Musikvideo, diese Chick. Im Video USA vs. Deutschland 0 zu 1 befragt Leon irgendwelche fremden Passanten und das seltsame ist, ein Passant wird einfach von Mosen gespielt, damit die noch eine unterhaltsame Szene fürs Video haben. Bei dem Video Portugal Deutschland 4 zu 0 trifft Leon auf diesen Passanten hier. Wer als erstes trifft, der hat gewonnen und der Verlierer muss irgendwie, keine Ahnung, den Bullen in die Cap abziehen, komm, komm, alles klar. Ach Gott, ist das schlecht. Und was für ein Zufall, der kommt auch in einem Video vor, wo Leon in Amsterdam ist. Wo er warum auch immer hinter dem Tresen positioniert wurde. Jedenfalls ist es MC Pitt und die beiden kannten sich, nur dass er hier rasiert war. Beim Frauen für 300 Euro eine Glatze schneiden Video hat Leon einfach Emra rasiert und ins Video gesetzt. Das war ein Witz, ne? Bevor Leon mit Locke Videos gedreht hat, hat er Locke angeblich auch zufällig zweimal vor laufender Kamera getroffen und dann geprankt. Was war das denn? Das ist Farbe, Mann. Wie das ist Farbe? Mach das sofort weg, Mann. Mach das sofort weg, Junge. Ich mach das weg, ist okay. Ja, wach. Ich mach das weg. Was, wenn ich das nicht wegmache? Machst du das weg, Junge. Ich mach das jetzt weg, okay? Ich mach das weg. Wir holen die Spiegel an, das ist mir egal. Oh, weg, Mann. Na, Mann. Hey! Ja, wie die Leute das feiern konnten, ist mir auch schleierhaft. Voll mit Bier in der Hand erstmal. Ich finde es so schade, dass die Paybacks zu Ende sind. Wir machen, nachdem wir uns das angeguckt haben, noch so einen kurzen Realtalk dazu, würde ich sagen. Bin ich eigentlich der Einzige, der das Gefühl hat, dass sie den Dialog einfach nur auswendig gelernt haben? Von der klang auch schon irgendwie so fake einfach, oder? Locke fragt, wer bist du? Leon sagt, dass er YouTube-Videos dreht und fängt dann an, eine Frage zu stellen, die er eigentlich erst nach Lockes Bemerkung sagen sollte. Leon sagt, wir machen ein bisschen Videos auf YouTube. Locke sagt, das habe ich gemerkt. Leon fragt, haben dich ein paar Leute angesprochen, oder was? Leon beginnt die Frage aber vor Locke, was an dieser Stelle gar keinen Sinn ergibt. Was bist du überhaupt? Hör mal zu, wir machen ein bisschen Videos auf YouTube. Haben dich ein paar Leute angesprochen, oder was? Haben dich ein paar Leute angesprochen, oder was? Haben dich ein paar Leute angesprochen, oder was? Na, natürlich, Alter. Geil ist aber auch, wie Leon den Locke bei der ersten Beginn... Ja, gut, wobei... Na gut, wenn er jetzt sagt, ja, wir machen ein paar Videos auf YouTube, haben dich Leute angesprochen, ja, also wahrscheinlich war es halt... Ich glaube, das könnte man auch ohne die Bemerkung von Locke sagen, aber kommt natürlich komisch auf jeden Fall. Auf die Kamera hinweist, Locke die Kamera anguckt, aber dann richtig dumm fragt, wo die Kamera denn sein soll. Hey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Das bringt mich zum nächsten Punkt. Die versteckten Kameras. Die versteckten Kameras sind komischerweise nie versteckt, wenn die aus Versehen durch einen anderen Kamerawinkel gezeigt werden. Oder wenn Leon vergisst zu verpixeln und Leon dann einen schwarzen Balken mit ins Video editiert, damit der Zuschauer nicht die unversteckte Kamera sehen kann. Von den geprankten wird die Kamera aber nie gesehen, selbst wenn sie von anderen Passanten auf die Kamera hingewiesen werden. Ach Digga, warte, ich muss mir mal kurz ein neues Kabel holen. Mein Verbindungskabel hier hat das MMX300. Ich muss mir mal ein neues Kabel holen, das hat so einen, wie heißt das denn, Kabelbruch. Ich höre manchmal nur was auf einem Ohr, man. Das ist richtig nervig, weil es sich die ganze Zeit wechselt. Mal schlimmer, mal weniger. Der Typ da zeigt auf die Kamera und sagt, Leute, ihr werdet da geschehen. Aber nein, der geprankte läuft noch direkt am Kameramann vorbei und merkt nichts. Hallo, 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 hallo. Komm her, hallo. Wir bleiben, wir haben dich gleich. Er wird sich verstecken. Nein. Hallo, 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 hallo. Hallo. Hey, Spaß, Spaß, Spaß. Und im folgenden Video ruft dieser Typ hier rein, macht die Kamera aus. Ich hätte dich geschlitzt, ey. Mit einem Messer. Mit was hat's sonst mit der Fingernähe? Ne, ich wollte... Nochmal. Mit einem Messer. 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 Und in den meisten Fällen auch nicht sein Mikrofon. Von meinen Kollegen. Kaufen Sie sich da was ein. Kaufen Sie Ihre Tochter was. Wir drehen hier was mit versteckter Kamera. Ja, wie versteckt kann eine Kamera sein, wenn Leon die einfach so hoch hebt? Digga, man kann beim Bayer Dynamic Shop einfach gerade keine Bestellungen aufgeben. Digga. Leon auch nicht in die Linse guckt, sondern leicht darüber. Weil er in den Bildschirm guckt, der hochgeklappt war. Leon muss hier erst den Prank auflösen und zeigen, wo die Kamera ist, bevor der Kameramann bemerkt wird, obwohl er sich hinter diesem dünnen Baum versteckt hat. Und die Dumm-Zuschauer denken so, ja, er versteckt seine Kamera, weil er muss ja den geprankten auf die Kamera hinweisen, also war sie ja vorher nicht sichtbar. Und die Tatsache, dass Leon die Kameras nie versteckt, macht schon alle Pranks von ihm fragwürdig. Und ich meine jetzt nicht, weil die geprankten zu dumm sind, um die Kamera zu sehen und das ja gar nicht sein kann, sondern weil Leon allein schon immer das Risiko bei den Pranks eingeht, dass die Kamera jederzeit gesehen werden kann und der Prank hinfällig wäre. Versteht ihr, was ich hier sage? Allein schon, dass er es nicht für wichtig hält, die Kamera zu verstecken. Ja gut, aber das mit den versteckten Kameras hatte man jetzt ja schon während den Paybacks, ne? Ich weiß nicht, das ist jetzt halt einfach nur eine Wiederholung irgendwie. Zeigt schon, wie sicher sich Leon ist. Also ich muss bis hierhin auf jeden Fall sagen, fand ich, das Payback ist bisher so das Schwächste auf jeden Fall. Also er trägt natürlich halt so ein bisschen das zusammen, was er halt vorher gezeigt hat, aber ich finde, das hätte man halt so ein bisschen heftiger auf jeden Fall machen können, ne? Also er, weiß ich, das ist halt irgendwie auch zu lang so, ne? Er hat jetzt halt hier ein paar neue Beispiele gezeigt, aber auch das zum Beispiel, das kannte man halt schon und das wird dann halt trotzdem irgendwie 20 Sekunden oder so gezeigt. Ich weiß nicht. Bis, dass der Prank funktioniert. Und jetzt dürft ihr mal raten, warum... Also ich finde, ich habe tatsächlich auch so überlegt, ich kann jetzt schon auf jeden Fall mal anfangen. Obwohl, wir gucken das erstmal zu Ende. Ja, weil es vorher abgesprochen ist. Mein letztes YouTube-Video, danke für alles. Erinnert ihr euch an das mittlerweile gelöschte YouTube-Video vom September 2019? In dem Video sprach Leon darüber, dass er zu 95% seinen YouTube-Kanal verliert und ihr deshalb seinen neuen Kanal abonnieren solltet. Es geht darum, es geht um ein Management, wo ich mal drin war. Es wird bald vom Gericht gehen. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich diesen Kanal hier, diesen YouTube-Kanal, den ich mir jahrelang aufgebaut habe, dass ich den einfach wahrscheinlich jetzt zu 95% wird er nicht mehr mit mir gehört. Ein Megastein wird dir einfach im Weg gelegt und den musst du jetzt aufheben und wegschieben und halt einfach weitermachen und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt einen neuen Kanal machen, wo ich einfach aktiv bin, mir selber die Motivation gebe, einfach am Start zu sein und nicht aufzugeben, auf keinen Fall aufzugeben. Ja, wer hätte es gedacht, er hat euch wieder belogen, um seinen neuen Kanal zu pushen. Denn kurze Zeit später kam die Songankündigung für Bruder muss los und daraufhin dann das komplette Musikvideo dazu. Das Ding ist, der Song war im Endeffekt eine fast 1 zu 1 Kopie von Capital Brass, Dresscode Gucci. ApoRed fand den Stimme-Effekt sogar scheiße, aber der musste unbedingt mit drauf, weil das Original hatte ihn ja auch drauf. Leon muss 1 zu 1 kopieren, was an sich auch nicht verwunderlich ist. Copacabana war schon eine Kopie von Senorita und bei Leon Machias Trigger-Cover wurden einfach die Cover von 6ix9ines Dummy Boy und Skittles gekreuzt. Und weil 6ix9ine so tolle Tattoos hat, mussten natürlich auch welche auf Leons Cover, obwohl er eigentlich gar keine Tattoos hat. Was soll das, Leon? Warum? Und letztens wolltest du auch noch Justin Bieber sein. Naja, wie dem auch sei. Seitdem hat er jedenfalls nicht mehr den angeblichen Rechtsstreit um seinen Kanal erwähnt, obwohl er im Ankündigungsvideo zum Musikvideo meinte, dass er noch dazu was sagen wird. Was er aber natürlich nicht gemacht hat und jetzt höchstens machen würde, um wieder eine neue Lüge zu bringen. Warum, warum er denn überhaupt dieses Video gedreht hat? Wenn ihr meine Payback-Videoreihe 30 verfolgt habt, werdet ihr festgestellt haben, dass Leon während seiner gesamten Karriere gelogen und Videos gefakt hat. Er ist nicht irgendwann zum Lügner geworden, sondern hat es schon immer so gemacht. Um überhaupt seine Karriere zu starten, hat er das schon gemacht. Hier ein bislang unbekanntes Video von vor 10 Jahren, wo Leon einen Banküberfall fail gefakt hat, um damit viral zu gehen. Vielleicht erkennt ihr ja seine Stimme. Hier noch ein Bild von Leon mit dem gleichen Oberteil von damals. Ja und der Typ am Tresen ist offensichtlich Mefzo, das erkennt man eindeutig an der Körperhaltung. Leon hat von Anfang an gelogen und das wird in Zukunft auch so bleiben. Er wird sich niemals ändern, er wird vielleicht davon reden sich zu ändern, aber euch genauso weiter ausnutzen. Und wer nach der ganzen Videoreihe denkt, dass er sich noch ändert, der ist nicht mehr nur naiv, sondern einfach nur extrem dumm. Und das gleiche gilt nicht nur für Leon, sondern auch für Leute wie Simon Desi und Apo Red. Seid euch im Klaren, jeder einzelne, der weiterhin die Videos von denen schaut oder Songs streamt oder mit denen zusammenarbeitet, unterstützt diese Typen und votet indirekt für einen Ja, ich will, dass genau solche Leute reich werden, indem ich oder andere verarscht werden. Und genau so soll das auch bleiben. Wenn ihr wirklich gegen solche Leute seid, dann disliket nicht deren Videos, sondern guckt nie wieder deren Müll an. Irrelevant zu sein ist für solche Leute schlimmer als gehasst zu werden, denn dann läuft bei denen gar nichts mehr. Gut, und jetzt möchte ich meine Payback-Reihe mit einem sehr passenden Zitat von Jan Meyer bänden. Auch wenn Menschen eine Weile erfolgreich damit sind, andere zu verarschen, ganz am Ende werden sie es sein, die zerstört sind. Und ratet mal, wer das retweetet hat! Leon fucking Machère! Verdammt die Scheiße! Wär zum Teufel nach dir und sie aufgeschickt! Und jetzt kauft mein Nerd! Ja, das waren die Paybacks, meine Freunde. Das allerletzte Payback. Ja, was kann ich insgesamt dazu sagen? Äh, ich hab mir tatsächlich schon so ein paar Gedanken gemacht, weil ich auch wahrscheinlich vorhabe, so auf Kuh und TV so ein Video halt zu machen. Also das Ding ist, was ich auf jeden Fall sagen muss, ich finde Payback 30 ist wirklich ein sehr, sehr schwaches Ende gewesen. Ähm, ich fand halt so vom Inhalt her war das irgendwie einfach nicht wirklich krass, so muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ähm, im Endeffekt hat das nochmal so ein bisschen ja das zusammengefasst, was halt vorher schon gesagt wurde, hat das Ganze aber nicht wirklich gut gemacht. So, ich weiß nicht, das habe ich jetzt tatsächlich nicht so gefühlt. Ich hätte so ein zusammenfassendes Payback irgendwie nochmal cool gefunden, wo man halt zeigt, ja, das hier sind die 50 Pranks, die ich jetzt in dem Video gezeigt habe, die waren alle fake. Ne, sowas zum Beispiel hätte ich halt cool gefunden. Ne, ein paar... Einstitte waren halt noch ganz cool, ne, die vieles kannte man natürlich auch logischerweise halt nicht. Manches hat sich so ein bisschen gedoppelt. Ähm... Und ich muss halt generell auch zu dem Payback sagen, also unterhaltungsfaktormäßig waren viele sehr, sehr gut. Muss aber auch ehrlich gesagt zugeben, Wen juckt's? So, um das mal hart auszudrücken, so. Das Ding ist ja, so am Anfang war es noch krass. Ja, okay, der hat halt Sachen gefakt und so. Aber gerade zum Ende hin war es natürlich auch logischerweise immer halt das Gleiche. Und Leo Mascher macht diese Videos ja auch einfach nicht mehr. Ne, also die meisten Videos, die er gezeigt hat, waren irgendwie von wahrscheinlich 2015 bis 2018 oder so. Das ist auch schon wieder drei Jahre her. Leo macht diese Videos gar nicht mehr. Der droppt das nicht mehr. Also, ne, der macht ja generell keine Videos mehr. So, ich weiß nicht. Deswegen holt mich das nicht so zu 1000 Prozent ab. Also, es ist cool so, dass man das gemacht hat, dass man's nochmal sieht, ne, dass der halt auf alles, ähm, dass er da alles gefakt hat, äh, was er damals gemacht hat. Aber, ja, weiß ich nicht so. Was soll ich dazu großartig sagen, ne? Ich find an sich, wie gesagt, Unterhaltungsfaktor halt mega gut. Aber so vom Inhalt her, er auch so, hat ja auch recht mit dem, was er sagt, aber kam halt zu spät. Also, ich glaube, wenn, wenn er die Paybacks schon direkt, äh, gebracht hätte, als die ganze Sache mit Leon hochgekocht ist, zum Beispiel nach der SD-Karte vielleicht ein Jahr später oder so, wär das, glaub ich, halt zehnmal so krass gekommen wie jetzt. Weil jetzt ist halt so, ja, okay, der hat halt gefakt, aber, ich mein jetzt mal Realtalk, seht ihr? Leon Mascher nach den Paybacks anders als vorher. Ich nicht, ich seh Leon genauso wie vorher. Ist einfach ein Hampelmann. So, und das hab ich auch vor den Paybacks mir schon gedacht. Und ich weiß nicht, deswegen unterhaltungsmäßig auf jeden Fall sehr, sehr cool. Muss aber auch sagen, irgendwie ein bisschen froh, dass das zu Ende ist. Also, es gab zwischendrin auch mal immer Paybacks, die super unterhalten gewesen sind. Dann gab's halt sowas wie jetzt, wo ich sagen muss, so, ja, weiß ich nicht, so ultra krass ist das auch nicht gewesen. Ähm, aber er hat schon heftig recherchiert, das muss man auf jeden Fall sagen. Und Props für die Festplatte auf jeden Fall. Digga, wenn die mal kaputt geht, äh, dann ist es wirklich vorbei.